Moin, herzlich willkommen zum 25. Video der Playlist Mathe-Rätsel. Diese vierte Klasse Hausaufgabe lässt Eltern verzweifeln. Die Aufgabe lautet, ein großes Quadrat besteht aus vier kleinen Quadraten, genau wie du es hier unten einmal sehen kannst. Male die Hälfte so aus, dass der unbemalte Teil ein Quadrat ist. Das ist die Aufgabe. Nimm dir mal ein bisschen Zeit, pausier das Video und danach gucken wir mal, ob du es richtig gelöst hast. Ich muss ganz ehrlich sein, in meinem Freundeskreis haben es die wenigsten wirklich geschafft. Wir gucken uns jetzt mal unterschiedliche Möglichkeiten einfach mal an. Das erste, was auch ich sogar gemacht habe, ist, ich habe mir einfach mal ein Quadrat ausgemalt, was unten rechts ist. Jetzt könnte man das einfach daneben auch mal ausmalen. Jetzt hätte man genau die Hälfte einmal ausgemalt. Aber wir sehen oben, der unbemalte Teil ist halt leider kein Quadrat. Der Versuch hat uns auf jeden Fall also nicht so viel gebracht. Was man jetzt intuitiv vielleicht als nächstes macht, man kann von dem einen Quadrat ein bisschen was abschneiden, die Hälfte, und das oben auf das andere Quadrat einmal drauflegen. Und auch hier sehen wir, wir haben genau die Hälfte ausgemalt, aber der weiße Teil ist halt kein Quadrat. Auch so kommen wir nicht weiter. Und auch so kann ich dir sagen, wirst du nie ans Ziel kommen. Und so wird der unbemalte Teil nie ein Quadrat sein. Ich werde dir jetzt die Lösung präsentieren. Wenn du nochmal pausieren möchtest, mach das jetzt. Jetzt starte ich auf jeden Fall mit der Lösung. Was wir machen müssen, wir gucken uns mal das untere Quadrat an. Das teilen wir auf. Ich zeige es dir einmal, wenn wir das so aufteilen, das obere Quadrat auch, und das für jedes Quadrat einmal durchführen, dann wirst du gleich erkennen, dass genau in der Mitte der unbemalte Teil ein Quadrat ist. Und das ist hier die einzig richtige Lösung. Stell die Aufgabe gerne mal deinen Freunden und ich bin gespannt, wie viele es von denen wirklich geschafft haben. Bei mir war die Zahl wirklich nicht so groß. Das war es dann auch schon mit dem Video. Im nächsten Video geht es weiter. Du siehst es schon eingeblendet. Wir haben ein kleines Labyrinth aufgebaut und du musst den Weg dort herausfinden. Es gibt natürlich ein paar Bedingungen dabei. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Ciao, ciao.